Hey! Nur aus einem Internet dürfen passieren! Dann wähle mich aus, sonst notiere ich dich aus. Dominator, jüngere Generation, möchte kabbeln und setzt Kingler ein. Auf Menno, mir sind die Donnerdinger ausgegangen. Puh, Sternschauer. Nicht nett. Pteratox. Los, ich flöte dir ein. Crabhammer. Ja, gegen einen Boden-Pokémon vielleicht. Nicht... Boah, du hast geschummelt, das war ein Volltreffer. Er hat eben alle Surfer nicht wirklich... Mega-Heap! Vielleicht schädigst du ihn noch ein bisschen, bevor du ins Grab beißt? Los, Mega-Heap! Oh, noch ein X-Angriff. Was? Wie? Noch ein X-Angriff? Nein, 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 nein. Wieso? Fuck! Los, Aaron, flieg und zeig ihm, was es heißt, zu verlieren. Stamm so viel du willst, du gehst jetzt eh drauf. Tentoxa. Und auch hier, schade, dass der Donnerblitz weg ist. Das wäre so eine geile Lee-Runde geworden. Boah, wie viel X-Angriff hat der denn? Ist der zu, 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 zu krass hier, oder wie? Also, wenn es nur sein Angriff ist und nicht seine Abwehr, geht das noch. Weil das Viecher auch nie angreift. Ruckzuck-Heap! Mach es alle! Turtog. Nö, ich möchte nicht wechseln. Turtog. Aaron leuchtet. Turtog benutzt Aquaxen. Volltreffer und Himmelsfeger. Volltreffer. Turtog ist am Arsch. Und Aaron ist mittlerweile Führer im Team. Agilität auf dem Level. Ich habe Ruckzuck-Heap. Was will ich mit Agilität? Tschüss. Ich war es jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Fluchtseil. Fluchtseil. Weil oft dauert dann vielleicht doch ein bisschen viel. Bing, bing, biedel, ding. Na, ich hasse es. Es sollte immer noch die Möglichkeit geben, einfach Gespräche mit einem einfachen Druck auf den Knopf B abzubrechen. Und zwar komplett abzubrechen, sofort abzubrechen. Schön, dass der Schutz nicht mehr wirkt, weil ich wollte ihn gerade sowieso neu einsetzen. Und zwar wollte ich da zuerst mal hier hinkommen. So, Item-Schutz. Mensch, bald ist er alle. Kann ich den Top-Schutz kaufen? Der hält länger. Haha. So, und jetzt werde ich mal gleich versuchen, das Ganze zu beschleunigen. Shit, es geht gar nicht mit Sch... Ich dachte, es geht mit Leertaste. Es geht nicht mit Leertaste. Wieso nicht? Er soll mich da der Schutz in Ruhe lassen. Pokemon... Hehehe, mohohoon. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn der ganze Kram wieder frei... Ernsthaft? Ich muss jetzt hier überall nochmal die ganzen scheiß Steine verschieben. Och, komm schon! Äh, Pokémon! Mew, Stärke! Gibt's doch nicht, ey! Yay, Schiebe Steine von A nach B, Schiebe Steine, Mann, joch, hey! Das ging früher auch alles einfacher, einfach so durch die Siegestraße rein und gut ist. Ich sag ja, lieber einfach ein Viech durchtrainieren und gut ist. Ach ja, apropos... Mein Profil ist mir doch gerade total wurst, weißt du das? 38 aktiviert, sie enthält Feuerstrom, einen Pokémon beibringen, aber sowas von... So, wo bist du? Lunterion! Ja, doch zum Geier! So, Glut, Schlitzer, Kratzer, Raserei... Hier, weg mit dem Kratzer, weil wir haben den Schlitzer, das ist der bessere Kratzer. So, jetzt hat er zumindest eine Feuerattacke, die irgendwas bringt, wenn sie trifft. Flammenwurf wäre trotzdem geiler. Aber hey, da fehlen mir nur noch drei Level oder so. Kann ich Glut ersetzen? Uhuhuhuhu! Schutz wirkt nicht mehr, ne? Dann setze ich ihn wieder ein. Ich hab keine Lust auf Zubatz. So, deal with it. Onyx! Ey, ich füge bald einen Onyx-Counter ein. Odali, du bekommst jetzt das nächste Level und dann sind wir die Dinger für immer los. Ich verstehe, du willst noch ein bisschen weiter mit den Spielen, verstehe ich. Nicht wirklich, aber okay. Wenn's dein Wunsch ist, dann ist es halt dein Wunsch. Noch so ein Ding, ne? Warum kannst du das scheiß Spiel nicht merken, dass ich gerade Stärke aktiviert habe? Neues Stockwerk, Stärke weg. Wahrscheinlich, weil Mewkern eine Leitern klettern konnte und deswegen wieder ein Pokéball musste, um jetzt erstmal wieder rausgeholt zu werden. Allgemein, ich seh das Vieh gerade nicht, also... Was soll's, anyway. Don't get in, Miners! Oh, nicht in... So, hallo, Onyx! Hallo, Lee! Tschüss, Onyx! Tschüss, Lee! 43! Mensch, da muss ich ja Terratox an die Spitze stellen. Siehst du mal, wie schnell die erwachsen geworden ist, die Kleine. Ich wollte dich tauschen. Nicht ansprechen. So, hat der sehr schnell zum Rest des Teams aufgeschlossen. Jetzt muss ich noch das Team wieder ein bisschen voranbringen, weil das ist ja gerade relativ peinlich, was da noch so übrig ist. So kriege ich denn hier am besten einen Stein her. Schutz wirklich mehr, lass mich in Ruhe. Schutz! Also, wenn ich es irgendwie schaffe, von hier oben einen Stein runtergeschubst zu kriegen, dann könnte ich vielleicht da unten weitergehen. Warte, 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 ich hab's gleich. Und zwar verrannt! Nein! Okay, Onyx. Blöde Frage. Was sagst du zu Surfer? Wahrscheinlich das gleiche wie zu Aquaknarre. Hilfe, ich werde weggespürt, ich kann nicht schwimmen! Wie ist doch Onyx, wird auf zweierlei Arten gekillt. Zum einen kann's nicht schwimmen. Und zum anderen, naja, schleift der Stein, äh, das Wasser den Stein sowieso über Zeit ab. Och, komm ey, es war eine Treppe. Mew, du blödes Viech. Bleib draußen. Zack. Zack. Präzisionsarbeit. Zack. Drei Jahre später. Hm, mwäh. Am, 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 am. Aha! No. So. Diele wird Stein. Rauf, runter So, weiter im Text Ach komm Ey, aber immerhin sind es keine Gollbarts, ne? Spart mir eine Menge Counterkram Das heißt, jetzt kann ich vorne haben, wenn ich will Ja, ich will wirklich mehr Steck dir deinen Schutz sonst wohin So, hier war ich gerade stehen geblieben, ne? Hehehe, speichern Komm, Frau Gleich siehst du, wie gut du bist Ich weiß, wie gut ich bin Ich muss das nicht erst sehen Dominatrix möchte kabbeln Gratulation zu dem einzigen Vieh, wo gegen das hier gerade überhaupt nichts ausrichten kann Pokémon Äh, Lunterion Wird Zeit, dass du Flammenwurf lernst, kleiner Ernsthaft Schlamm Hm, Feuersturm oder Glut? Feuersturm oder... Blut, Glut Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul kann nicht reichen, aber noch einer Glut. Wehe, die vergiftet mich, die scheiß Säure. Wahrscheinlich würde die mich eher paralysieren. Ich bin mir da nicht sicher. Ah, Verteidigung wurde gesenkt. Na, irgendwas war. Irgendwas. Yeah. Fregaria wurde besiegt. Und ein Sarzenia. Feuersturm. Das ist so erniedrigend. Feuersturm. Tau, bye bye. Ich bin sehr dafür, dass ich jetzt erstmal ihn so weit trainiere, bis er seinen Feuersturm kann, weil sonst könnte das lächerlich werden. So, Pokémon. Terratox-Tausch mit Lungterion. Und da müssen wir irgendwas gegen das Gift tun. Haben wir noch so was wie einen Hyperheiler dabei? Hypertrank. Megablock. Beleber, Fluchtzahl, Sonderbonbon, Top-Ether. Äther, nee. Ausnahmsweise. Wie, was? Okay, soviel dazu. Mieheeheheھی, der Stein! Der Stein! Ähm. Mieheheh, der Stein! Vor allem jetzt hab ich die Fahrradmusik, aber auch kein Fahrrad. Hm, n puh, n puhh, n pauw erstmal schaffen! So Genüsslich trat er den Stein voran Na ja, scheiß auf das bisschen Gift, da können wir grad sowieso nichts gegen machen Der Hüpf wirkt nicht mehr Ich hab doch Stärke, um den Fels zu bewegen, du hab dich mal nicht so Die, 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 dumm, ich bringe dieses Kleinstein um Kleinstein Solonterion, ein Gluthagel dürfte reichen Um dieses Ding da einfach mal zu pulverisieren, oder doch nicht Gott, du bist mein Starter und so unfähig, das ist feinernd peinlich Das war schon mal besser Mein Level 44, das hatten wir normalerweise, wenn wir in Saphonia City angekommen sind Junge, streng mich an Ist ein Überheiler? Hier ist kein Überheiler Ist hier ein Überheiler?